Das ist schon lieb, ne? Es ist kurz nach 16 Uhr. Das ist das erste, was ich heute aufnehmen. Und wahrscheinlich das letzte. Aber mehr ist noch nicht passiert heute. Viel mehr wird auch nicht passieren, glaube ich. Mal sehen. Meine Schwester muss was erledigen hier in Templin. Daher wollen wir noch einkaufen. Und ich habe beim letzten Mal am Montag mein Notizbuch liegen lassen. Bei Michaela, hier bei der Grinse Katz. Also muss ich das jetzt nochmal holen. So, mein Buch habe ich wieder. Jetzt fahren wir schon einkaufen. Dann fahren wir wieder zurück in Wimmersdorf. Und dann warten wir eigentlich für den Tag. Weil mehr lustige Sachen und tolle Sachen passieren heute wahrscheinlich nicht. Mehr kann ich nicht zeigen. Ist manchmal so, ne? Aber, ihr wollt auch nicht sehen, wie ich den ganzen Tag auf dem Rechner sitze. Ich dachte, die Telekom hat magenta als halbe und nicht pink. Das zweite Auto fährt immer dahin, was das erste Auto fährt. Deswegen braucht ihr noch nie blinken. Also, das zweite Auto braucht endlich blinken. Ich habe dich noch mal gemerkt, dass das alles horchert. Ich hab mal gemerkt, dass das nicht gut ist. Ich hab' mir gedacht, dass das Auto fährt, war die Geburt, aber... Ja, das geht dann doch. Erstanden! Gurt hin, dann Spurt hin. Viel Spaß. Das hat uns dufe Ecke hier hin, ne? Da fällt für ihn. Die Straße raus, das ist hier für mich vielleicht. Wacke nicht X. X? Im Gegenteffekt. Das muss sogar ruhig sein.